Ja, go, go! Yeah! Wooo! Yeah! Ja, go! Ja, go! Jetzt gibt's doch nicht! Haben Sie gewusst? Jährlich werden die Jugend und den breiten Sport, Kunst und Kultur sowie die AHV mit rund einer Milliarde Franken aus den Erträgen der Schweizer Lotterien und Casinos unterstützt. Davon profitieren 10'000 von Vereinen und Nachwuchssportlern. Ohne die Gelder ist die finanzielle Unterstützung der Vereine bei der Anschaffung von Trainingsgeräten und Trainingsmaterial gefährdet. Hey, unterstützt uns und stimmen ja für das neue Geldspielgesetz am 10. Juni. Yeah! Mit einem Ja zum gemeinnützigen Geldspielgesetz sorgen wird Zeit dafür, dass unsere Nachwuchs- und Breitensportler, unsere Vereine sowie unsere AHV weiter unterstützt werden. das 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 ist das 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 das